Hier ist das Bier, wir haben einen tollen Hintergrund, ja? Tu so, als ob du das Bier trinkst und genießt. Alles klar. Halt! Du sollst nur so tun, als ob du das trinkst. Okay. Hey, was ist denn daran so schwer zu verstehen? Du sollst nur so tun, als ob. Wie soll ich denn meine wahren Emotionen zeigen? Das soll doch authentisch wirken. Ja, okay, stimmt. Komm, wir probieren jetzt nochmal, ja? Aber bitte langsam trinken. Halt! Ich hab noch nicht mal die Schärfe eingestellt. Ach so. Hier, ein neues. Super. Gut, immerhin hab ich ein Bild hinbekommen. Bist du überhaupt dein Model? Nee, aber ich mag Bier.